Ahaha-hohoh! Ahaha! Ahaha! Ah! Ahaaaa! Jetzt gibt's Spiel und Spass! Mit Tom und Gerrie in deinem Happy Meal. Und dazu heißt ein erfrischendes Henni-e. Die Dinosaurus-Welt von Schleich. Alarm in der Forschungsstation! Der Veloziraptor bricht aus. Oh nein! Der Brachiosaurus ist in Gefahr! Bei Tübingskanonenladen. Schuss! Den Neben! oder sich mit dem Köder anlocken. Gitterschlüsse, geschafft! Jede Menge Action in der Schleich-Dinosaur-Welt. Jetzt von Schleich! Achtung, Vulkanausbruch! Könnt sich die Rosaurier noch retten? Die Grosse Vulkanexpedition, jetzt neu von Schleich! Disney-Prinzessin! Vorhang auf für das Disney-Prinzessinnen-Festtagsschloss. Wow, eine königliche Schaukel und ein Feuerwerk! Viel Spass im Disney-Prinzessinnen-Festtagsschloss von Hasbro. Schnuller drehen, Augen auf! Die neue Baby-Born Magic Girl! Sie kann trinken, weinen und macht in die Windel! Die neuen Baby-Born Magic Puppen, jetzt mit plastikfreier Verpackung. Von Zapfkreation. Jetzt neu! Baby-Borns begehbare Dusche mit Wasserfunktion. Wow, das ist der neue Baby-Born Sister Styling Head. Weiches Haar zum Kämmen und Frisieren, für deinen eigenen tollen Look. Und jetzt Make-Up! Viele wunderschöne Farben, für Lippen und Augen. So viele Styles, so viel Spass! Und jetzt noch mehr mit dem neuen Extra-Make-Up-Set. Der Baby-Born Sister Styling Head von Zapfkreation. Mit reiht unser eigener Film. Entdecken 25 Überraschungen. Unsere Filmstars. Starlet und Mr. Red. Spirit Queen und Gamma Babe. Jede hat zwei Film-Outfits, passend zum LOL-Film. LOL Surprise OMG Movie Magic und extra Outfit. Hey! LOL Surprise Movie Magic. Mit Puppen, passend zum neuen LOL-Film. Und zehn magische Überraschungen. Ich dreie meine eigenen LOL-Filme. Entdecken die LOL-Stars und Schauspielerinnen vor und hinter der Kamera. Erst im Filmstudio und dann ab ins Kino. Jetzt die LOL Movie Magic Puppe aus dem LOL-Film entdecken. Wenn man so das CW-Fotobuch anschaut, dann taucht man sofort in das Erlebnis mit dem Alpsommer. Die schönen Momente, die man miteinander gehabt hat. Die lustigen Momente mit den Kindern zusammen. Dass wir die wie Erinnerung behalten können. Mein CW-Fotobuch. Hey, ich bin's, Wario. In meinem neuen Spiel geht es darum, schnell zu reagieren. Und diesmal können zwei Spieler gleichzeitig spielen. Es gibt mehr als 200 packende Mikrospieler. Nintendo Switch, WarioWare, get it together. Hä? Was? Eine kostenlose D? Oh, ist ja auch spitze. Willkommen auf dem großen Ponyhof von Playmobil. Da kommen Freddy und sein Pony. Los, Bella, wir wollen ausreiten. Nur noch kurz zum Schmied und los geht's. Ich hab dich lieb, Paula. Endlich da, am Ponycamp Übernachtungswagen. Huch, die große Ponywelt von Playmobil. Jetzt neu. Nozzlemore von Playmobil. Um Raffa und seine Dämonen planen Böses. Im Zauberturm machen sich die Magier bereit. Sie greifen an, schließt die Tore, sichert die Schätze und auf zum Gegenangriff. Jetzt verbannt die Dämonen aus Weile quälen. Nozzlemore von Playmobil. Ayuma von Playmobil. Der Gemeinschaftsbaum mit Sternenprojektor lässt uns in eine magische Feenwelt eintauchen. Bei der Energiequelle beschützen die Feen ihre Kristalle vor den Bed-Ferries. Verschwinde, Noxana! Wie geht es weiter? Gibt uns der Baum der Weisheit eine Antwort? Ayuma von Playmobil. Jetzt wird's galaktisch in der Togo-App. Ich will Action. Und Spanner. Und Alien. Familie Nova erforscht den Weltraum. Wow, ich sitz vorne. Und entdeckt neue Lebensformen. Zapke-Spaced. Yeah! Da sind verrückte Ideen vorprogrammiert. Willst du etwa mit dem Ding in den Asteroidengürtel fliegen? Ihr beide habt sowas von Hausarrest. Die neue spannende Serie Nova One, Mission Sonnenstaub. Jetzt jederzeit kostenlos in der Togo-App. Auf neuer Mission mit der Playmobil-Polizei. Vorsicht, der Galove bricht aus. Schnell hinterher. Da, Diamantendiebe. Schnappt sie euch. Erklaut den Tresor, das Nagelband. Achtung, ein Fluchtversuch mit einem Fallschirm. Geschnappt. Die mutigen Polizisten von Playmobil mit coolen Mission-Packs. Jetzt neu. Das war die Werbung. Wow, das war cool. Oh, du findest, das war cool. Elvin hat lauter coole Sachen vor. In seinen brandneuen Geschichten. Elvins, geht es dir etwa raus? Okay, manchmal haut es ihn so richtig um. Oh, jetzt nicht mehr. Aber Simon und Theodor helfen ihm schon wieder auf die Beine. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich will es lieben. Dave, Dave, das musst du dir ansehen. Dave! Elvin und die Chipmunks. Heute um 19.15 Uhr mit einer neuen Folge. Ja! Ich grüße euch. Hier ist Zayton, Anführer der Dino Fury Power Ranger. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Entdecke die Kraft in dir. Was passiert hier? Euer Planet ist in großer Gefahr. Und wir sind die einzigen, die ihn retten können. Dino Fury Power! Die Welt braucht jetzt ganz besondere Helden. Es ist noch nicht vorbei! Power Rangers Dino Fury. Montag bis Freitag um 14.30 Uhr. Und jederzeit in der Togo App. Und jederzeit in der Togo App. Mh 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 Mh